Willkommen wieder an diesem wunderschönen Montag zu neuer Folge Brabantwurst Jay. Hallöchen. Hi. Hi. Und wir messen uns heute in Trials Evolution Gold, ja, auf einer mittleren, einfachen, mittleren, schweren, extremen und schweren Map. Und ja, wer am Ende die meisten Punkt hat gewinnt. Relativ simpel. So sieht's aus. Und ja, ich lieg' ja gerade phänomenal einen Punkt in Führung. Und das muss ich ja... 7-6 langsam geht's in die entscheidende Phase. Ja, und dann wäre natürlich jetzt nochmal ein Punkt Vorsprung, würde ich ganz geil finden. Ne, muss nicht sein. Ab 10 Punkten ist vorbei. Ja, ich bin ready. Okay, dann drück' ich auf REN starten in 3, 2, 1. REN starten. Jetzt. Achso, jetzt darf ich ja noch ein Motorrad auswählen. Haben wir da. Ja, gut, okay. Na gut, dann nennt man natürlich das Beste. Selbstverständlich. So. Das ist ja klar. Ich bin der Hintere. Okay, wir spielen erstmal hier parallel. Woran erkennt man das denn jetzt, dass man da... Echt jetzt? Parallel fährt. Oh nein! Oh nein! Nein! Ist okay für mich? Nein! Der Bram kommt da gar nicht weg. Scheiße! Oh, 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 oh. Fall hin, fall hin. Ne, hingefallen wird nicht. Mann, das ist so wichtig. Hingefallen wird nicht. Scheiße! Jawoll, das sieht gut aus. Du bist Erster. Scheiße. Okay, aber zweiter. Nicht so viel. Nicht so viel. Wieso habe ich denn minus 2 Punkte bekommen? Ich habe gar nicht zurückgesetzt. Hast du hingefallen? Höh? Da steht bei mir minus 1 Punkt. Was ist das für eine Frechheit? Hast du einmal zurückgesetzt? Nein! Ja. Du konntest ehrlich gesagt nicht sehen. Ich war so weit vorne. Was ein Labersack, Alter. Was ein Labersack. Jetzt wird es anstrengend. Na, du bist ja... Du bist gut in Trials. Das ist mein Problem. Oh. Ich bin nicht so gut. Wow, wow, wow. Alles am Exploden hier. Alter, ist das hier alles am... Nein! Ich bin ihm gefallen. Das ist gut. Oh, oh, scheiße. Das geben. Komm! Fahr! Du Hurenspiel! Oh, oh, oh. Ja, Mann! Da kommt der Braben an. Oh, der legt sich auf die Fresse! Oh, ist das gut! Komm bitte doch mal. Ne, diesmal Marius. Ah, schade. Fuck. Alter, kein Punktenabzug in der B-Note. Alles gut. Habe ich verkackt. Golf with Friends war so unglaublich spannend. Und hier wird dann auch wieder ein Kopfverkopf. 18, 18. So, Integrationsprobleme. Ja, gibt es aktuell auch viele in Deutschland, oder? Dich zum Beispiel. Komm schon. Jetzt muss ich ein gutes Rennen machen. Komm schon. Loi, habe ich nicht gut aufgekommen. Ich auch nicht. Wir haben einfach zurückgesetzt. Loi! Da habe ich ins Wasser gefallen. Das ist natürlich gut. Das ist sehr gut. Komm! Komm! Bitch! Fah! Hopp. Und. Hopp. Fah! 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 Komm schon. Fah! 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 Ihr seht übrigens Bramms Sicht. Ja, aber da sieht man gerade Jay auch. Boah, Alter, was ein Kopf-an-Kopf-Rennen hier gerade. Fah! Ja, was? Ich bin Erster! Ja! Scheiß. Oh Gott. Alter, ich bin aufm Rücken angekommen und das hat gezählt, ey. Was ein Glücks. Das hätte ich dann nicht geschafft. Uh! Ein Vorsprungs-Loki, Alter. Ist ja krass. Okay. Schwer. Leck mich doch am Arsch, ey. Oh fuck! Fuck! Oh, hab er da. Komm schon! Loll. Kann man irgendwie springen? Was ich nicht wüsste? Nein! Haha! Oh, sonst frag mal Seth. Vielleicht weiß der ja was. Alter, wie hast du das gemacht? Trick 17, Junge. Ah, okay. Das hat mich jetzt richtig viel Zeit gekostet. Neu. 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 Ich schaff den Sprung ja gar nicht. Doch jetzt. Komm, 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 komm. Scheiße, Alter. Ja. Hopp. Ja, da vorne ist Jay. Da vorne ist gut, ey. Oh, 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 oh. Oh, was? Jawoll. Und weiter, weiter, weiter. Fahr! Ah! Mann kommt grad gut durch. Okay. I do not like this. Ah! Komm schon! Fuck! Mann, ich komm hier nicht weiter, Mann! Komm schon. Mann, er ist ja gleich schon da! Nein, 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 nein. Ah, jetzt. Komm schon! Alter, ist das anstrengend hier. Alter. Jetzt komm. Ja, 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 ja. Und hopp. Ich bin nicht angespannt grade, ey. Ja, das ist so. Ah! Was ist schlimm? Nein! Das ist das Ziel! Ja, Mann! Bitte jetzt! Boah, bitte los! Ich brauche nicht schaffen! Bitte, der Druck ist noch... Oh, das ist so schlimm! Knapp! Zehn! Neun! Acht! Sieben! Nein! Ja, er hat's verkackt! Komm! Ja! Er ist weiter! Er ist im Ziel! Ach, es ist zum Kotzen! Alter, das war so knapp! Boah, der hätte nie null Punkte gehabt! Ja, aber ich bin drin! Oh nein! Und jetzt kommt die extreme Fick-Map! Boah! Gott, scheiße! Da war ich grad richtig angespannt! Oh nein! Das war so knapp! Ach du Scheiße, ey! Ja, geil! Ich komm hier schon nicht durch, ey! Oh! Bram, hier kannst du Punkte gut machen! Hä? Alter! Jawoll! Oh ne! Lover! What the f... Komm schon, bitte, bitte, bitte! Ja! Gott! Scheiße, ich bin nur noch am Start! Oh, die fickt jetzt mein Anus! Na, komm schon! Jawollah! Jawollah! Nein! So weit war ich noch nicht! Scheiße! Oh, Mann! Ach, komm! Jetzt aber! Ja! Ja, komm schon! Scheiße, Alter! Komm! Jetzt! Scheiße! Mach das doch, Alter! Fahr doch die Wand da hoch, du Huren! Sohn, Mann! Oh! Ja! Wir haben ihn mal wieder eingeholt! Ja! Aber ich hab... Weiß noch nicht, wie ich das hier mache! Scheiße! Fuck! Nein! Komm schon! Bitte! Mann! Hörst du zu kotzen hier! Ja, gerade schon! Ja! Scheiße! Hat er das jetzt gemacht? Oh, jetzt ist ganz viel Vorsprung kriegen gegen Bram! Ah, komm schon! Ah, komm schon! Ah, ich raste aus! Jetzt! Setz da den Arsch da rum! Komm! Komm! Ich krieg das grad nicht hin! Komm! Komm! Du verficktes Ding! Alter! Jetzt! Das! Ich raste aus! Mann! Scheiße! Ah! Fuck, Alter! Was ist denn hier los? Wieso schaffe ich den denn nicht? Mann! Mann! Okay! Kurz mal sammeln! Ah! Was den Scheiß hier, Digga! Frag mich mal! Wird nachher nicht besser! Das sag ich dir! Fuck! Jetzt ist er da drüber gekommen! Willst du mich verarschen?! Wie kommt denn einfach so rüber, Mann?! Alter, ich verkack das hier, Mann! Ja! Jawoll! Nell! Moment! Was ist denn jetzt? Boah, ich raste aus, Mann! Scheiße! Komm schon! Oh, ich hab's geschafft, ey! Ah! Ah! Hä? Jetzt ist er auch schon wieder da! Ah! Vielleicht fällst du mich nicht los! Ja, damit hab ich noch nicht gerechnet! Versuche 99, Alter! 90 Versuche? Nein, 101 schon! Komm! Ja, Mann! Ja! 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 Boah, Alter! Ich geh kaputt! Das sieht schlecht aus! Ich komm da nicht drüber! Ich komm da einfach nicht drüber! Ja! Hat sich meine Orange doch vorher noch wenigstens gelohnt! Scheiße! Die Vitaminbombe! Yeah! Oh, das war so wichtig! Oh, das war so wichtig! Oh! Jetzt muss schnell sein einfach! Okay, jetzt muss ich beide Male einfach ankommen! Das ruckelt ja gar nicht! Nice, Mann! Echt? Alter! Okay, bei mir ruckelt das kein Stück! Alter! LOL! Was? Alter! Das hab ich nicht verstanden! Das ist ja mega geil, die Strecke! Ja, ist sie! Definitiv! Und weiter! Und go! Und go! Und gas! LOL! Alter! Wie geil! LOL! Ich hab gecrasht! Oh, Leute! Ich bin auch gecrasht! Wie? LOL! Alter! Ich hab gecrasht! Ich bin einfach hinter Frammeer gefahren! Oh, Leute! Weil ich so geflasht war! Okay! Sieht gut aus! Den schaff ich auch! Ah, machst du auch! Ah! Scheiße! Boah! Okay, das war wichtig! Einfach ins Ziel kommen! Oh, das war wichtig! Die war mega cool, die Strecke! Haben wir noch nie so Loopings gemacht! Ne, ich auch nicht! Das soll ich auch ziemlich nice! Nochmal schwerer! Aber ich glaub, du hast schon gewonnen! Hab ich? Ich hab erst halt nicht auf die Punkte geachtet! Das wär natürlich schlimm! Da auch nicht drauf geachtet! Selbst wenn, will ich dich einfach deklassieren heute! Oh! 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 Komm schon! Alter! Wie das immer am durchdrehen ist! Die Scheiße! Leute, jetzt roll ich jetzt mal wieder zurück. Fick doch die Henne. Ab da hoch. Ja, Mann. Und tschüss, Bram. Alter. Alter, die ist gar nicht so leicht, die Strecke. Ich komme hier schon mit dem Berg nicht klar. Ja, die Safes sind aber auch heftig. Man kann ganz schön viel schaffen. Alter, die kommen hier noch berghoch. Ja, Mann. Okay, das kann ich als aufgegeben betrachten. Das hole ich niemals mehr ein. Warte mal, wer weiß, was da noch kommt. Ich kenne die Strecke nicht. Ja, aber ich komme nicht über den Berg drüber. Ich weiß nicht, wie es geht. Gar nicht? Ich weiß nicht, wie es geht. Ich weiß gar nicht, welchen Berg du warst überhaupt. Die sind, wo man so steil anfahren muss. Ach so, ja, einfach ein bisschen mit dem Trigger-Tasten spielen. Das Problem ist für mich nicht, die Berg hochzukommen, sondern über die Röhre. Ja, das finde ich auch ziemlich happy. Happy. Heavy. Happy. Happy finde ich das auch. Komm. Null Schnitte. Wie Crash. Hallo, was? Komm, da ist doch das Ziel. Für meinen siebten Fickpunkt. Oh, jetzt habe ich es gemacht. Leck mich auf den Arsch. 15 Sekunden, no chance. Scheiße, GGJ. Ja. Ja, komm, hier. Ja. Ja. Wolle gar nicht mehr spielen. Vier Sekunden. Checker. Trice. Das ist ein Spiel für den Nubels. Bam. 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 Scheiße. Bam, bam, bam. Ja. Oh, das freut mich. Oh, 7, 7, Alter. Oh, ich gehe kaputt. Ist spannend. 8, 8, 9, 9. Da ist doch höchstens fünf fucking Spiele. Ja, und dann ist es gut noch drei. Jetzt ist Jay vorbei. Ja, wenn es schnell läuft, sind es nur noch drei. Fünf oder drei. Oh, Alter. Ist quasi die Best of Five, was jetzt noch kommt. Quasi schon, ja. Ja, gut. Die Entscheidung wieder. Ich war einfach viel zu scheiße. Ja. Vielen Dank. Das freut mich. Macht's auch nix. War schwer. War zwar nicht so eng wie beim Minigolf, aber... Die... Ab dem... Was war da bei der Extremstrecke? Da war es doch schon... War schon ziemlich spannend, ey. Als wir da so dran waren. Da hat sich das ja entschieden, quasi. Ja, da hat sich das ja entschieden. Danach war vorbei. Naja. Machst du nix. Jay hat gewonnen. Wir bedanken uns natürlich vielmals fürs Zuschauen. Nächste Woche geht's weiter. Und ja, haut rein. Tschööö. Tschööööö. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020